Zurück in die Schweiz. Der moderne Wanderer hat sein Smartphone auch in den Bergen dabei. Bahnticket, Wanderkarte oder Wetterbericht, alles ist bequem im Handy gespeichert. Doch in einer ganz entscheidenden Situation hilft einem das Alles-Könner-Gerät nichts mehr. Wer im Notfall kein Funknetz hat, der kann auch keine Rettung alarmieren. 9000 Bergunfälle gibt es in der Schweiz pro Jahr. Die Rega investiert deshalb in Rettungs-Apps fürs Handy. Auch in eines, das im Funkloch Hilfe bringen soll. Thomas Baldrer. Die modernsten Helikopter nützen nichts, wenn sie zu spät alarmiert werden. Häufig sind die Notrufe auch sehr ungenau, die Vermissten sind dann nur schwer zu finden. Gut für die Rega-Piloten, seit eineinhalb Jahren gibt es eine Rettungs-App fürs Handy. Die App sendet bei einem Notfall die Koordinaten des Unfalls automatisch an die Rega. Wir sind sehr zufrieden. Die App hat sich bewährt in über 250 Einsätzen. Es gibt eine halbe Million Downloads. Für uns ist der nächste Schritt, dass wir versuchen, die Alarmtechnik weiter zu verbessern und über das bestehende Mobilfunknetz hinaus etwas anbieten zu können. Die Rega unterstützt deshalb Jungunternehmer Matthias Hausmann. Er arbeitet an einer Rettungs-App, die auch in einem Funkloch Hilfe organisieren kann. Wir machen uns die Technologie zu Nutze, die bereits im Telefon drin ist. In diesem Falle die WLAN-Übertragung. Damit können wir von Telefon zu Telefon zu Telefon Informationen verschieben. Nützlich ist das zum Beispiel bei einer Bergtour. Ein Verletzter kann mit dieser App auch ohne Handynetz einen Hilferuf senden. Bis zu 300 Meter weit. Die Technik dazu stammt von der ETH Zürich. Der Notruf wird weitergeleitet an alle, die das Gratis-App auch haben. Der erste Wanderer mit einer Verbindung setzt den Notruf ab. Ausserhalb des Mobilfunknetzes kann man heute schon mit Funkgeräten alarmieren, aber die sind schwer und teuer. Und wenn man das in ein Smartphone integrieren kann, dann wäre das ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Alarmierung. Schnelle Hilfe auch bei Unfällen im Funkloch. Auf den Markt kommen soll die Rettungs-App in rund einem Jahr. Je mehr Wanderer diese dann auf ihrem Handy installieren, desto grösser ist die Chance, dass verunfallte Personen gerettet werden können.